Hallo Leute und herzlich willkommen zu Travel in Terrorist Town. Ich bin heute hier mit fünf anderen. Wir hatten der eine mit dem Vini. Hallo. Cornel. Hallo. Dreamstar. Hey. Doxstar. Dexter, hallo. Dexter. Und Volo. Hallo. Ja, und wir sind hier auf so einer Lavandia-Map und wir spielen TTT. Richtig. Stimmt. Habe ich das gut gemacht? Wir sind wahrscheinlich alle im Turm gespawnt. Nein. Nee, ich bin draußen. Nee, hier sind folk nur draußen. Leute, die draußen rumgammeln. So, Volo, schieß bitte jetzt nicht direkt auf mich. Nein. Das ist jetzt, wir machen das. Oh, im Zukunft dürfen wir da rein oder nicht? Was hast du gesagt, Dexter? Dürfen wir jetzt in den Turm oder nicht? Nein, rauskommen. Ja, ich bin da gespawnt. Ja, dann komm raus. Treppen runter. Hallo Dreamstar. Da gibt es nur Treppen. Ich verstehe das nicht. Ich bin der Dirk, dass alle alle aufpassen. Kannst du das lesen? Ich glaube, das Schild beleidigt mich. What? Oh, da drüben. Da drüben. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Was da drüben? Wo? Also, die Dreamstar, der Detektiv wurde abgeballert. Hier sind zwei. Oh nein. Nein. Das ist, glaube ich. Der Detektiv ist tot. Der ist gerade direkt neben mir gestorben. Du musst sehen. Du musst sehen hier. Oh, 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 oh. Wollo, Wollo, Wollo ist es. Wollo und. Nein, ich bin es nicht gewesen. Vinsanity war es. Das habe ich gesehen. Schieß nicht auf mich. Wollo, was soll das? Lass es. Wollo ist ein richtiger Lügner. Bei dem musst du aufpassen. Ey, der ist so ein Asozialer. Am besten immer im Zweifelsfall Wollo töten. Das ist ganz wichtig. Ey, das stimmt doch gar nicht. Wittsanity ist gerade noch weggelaufen. Wetten, er ist schuld. Ich wette nicht. Ich bin überhaupt nicht schuld. Als ob ich jemand schuld gewesen wäre. Ich finde immer noch nicht aus diesem fucking Turm raus. Oh, du bist im Turm. Oh, Dexter, ey. Das ist Glanzleistung. So, ich bin jetzt. Du, verdammter Asozialer, wer auch immer du bist. Das ist bestimmt Kordel, weil der hat noch gar nichts gesagt. Vielleicht ist er tot. Glaube ich nicht. Ja, okay. Ich weiß halt auch nicht, wo der ist. Ah, ist doch scheiße. Ja. Ey, wo kann man denn nochmal nach... Wo kann man denn nochmal nachgucken, wer wen getötet hat? Und wieso verschwindet ihr alle in diesen fucking Häusern? Macht mir ein bisschen Angst. Weil die... Ey, warum schießt du auf mich? Zu Recht. Dexter, hey. Ah, lass mich doch erstmal die Waffe wechseln. Danke. Oh, Conventsanity. Ich wette, als ob du es besser gemacht hättest. Eure seid echt scheiße, ne? Warum schießt du auf mich? Vielleicht, weil ihr die einzigen beiden seid, die noch lebt, ey. Meine Waffe... Das war noch die andere am Leben. Ey, wer hat mir ein Headshot am Anfang der Runde gegeben? Ich. Oh, fick dich. Ich wollte einfach durchgerusht. Geil. Ich hätte es wissen müssen. Die Dreamstar habe ich auch getötet. Wollen wir die Häuser nicht rauslassen? Wollen wir nicht hier nur auf der Overworld spielen? Du musst in die Häuser reingehen, weil du sonst keine Sache bekommst. Da gibt es die Waffen doch. Ne? Also um die Waffen rum. Auf jeden Fall ins Haus. Ich bin wieder in dem Schlechturm. Ja, okay. Sagen wir mal... Wie geht man denn in so ein Haus rein? Einfach durch die Tür gehen. Ne? Das geht doch gar nicht. Das ist wie im echten Leben, Cornel. Ja. Das geht doch gar nicht. Das ist ja lustig. Ich glaube nicht, dass ich im echten Leben durch Türen gehe. Das ist tatsächlich ein bisschen lustig, dass du gerade sagst, das geht doch gar nicht. Ja, ich finde es lustig. So, weil Cornel ein bisschen zu breit für eine Tür ist, heißt das noch gar nicht, dass es nicht geht. So, Dreamstar ist es. Das sehe ich. Ich glaube, Wolle schießt ihr wieder auf mich wie eben. Nein, warum würdest du auf mich schießen? Ich würde niemals auf dich schießen. Wolle, ich schwöre. Wer ist denn da? Also ich denke, Wolle, du hast es schon verdächtig gemacht. Ich bin in diesem behinderten Turm hier. Kannst du mal den... Du musst einfach über die Treppe rumlaufen. Das ist eigentlich ganz einfach. Hey. Hallo, bin Zenity. Wenn er mich tötet, ist es übrigens Traitor, ne? Ja, dann schrei ganz laut, wer es ist am besten. Wolle schießt, Wolle schießt! Wolle! Ich will es nochmal sagen. Cornel hat einen Sniper. Ja, was? Ist es jetzt schon so eine Feststellung? Es war keine Unterstellung, ich habe nur gesagt, dass du Sniper bist. Ich bin bei Vinny und Dreamstar. Wenn ich sterbe, ich bin immer ein Detective, also... Du bist Detective? Ja. Wer hat denn den da getötet? Oh, Cornel. Wer ist denn jetzt schon tot? Wer hat denn denn da vorne die Leiche... Ich komme von da. Ich habe nichts getan. Und Dexter. Ich gucke mal die Leiche an. Wolle war das. Ah, Wolle ist tot. Okay, Dreamstar hat gerade gesagt, Wolle schießt. Das heißt, Dreamstar ist Traitor. Ja, wahrscheinlich. Was? Nein, der spinne es nicht. Ich bin auch abgehauen. Ja, dann töte Dreamstar. Und er war Traitor. Wie komisch. Das war nicht vorherzusehen. So, wen haben wir hier noch? So, einer von euch dreien ist es noch. Ja. Der Rest ist schon tot. Na, ich bin's. Ich bin auf Dexter. Das Blau steht für Traitor. Genau. Ich habe gerade den Traitor selbst eigenhändig umgebracht, also bin ich's nicht. Cornel hat mich geschuldigt. Ne, ja, ne, 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 Moment. Ey! Cornel hat mich geschuldigt. Dexter hat auf mich geschossen. Nein, mein Magazin. Dexter hat auf mich geschossen. Das ist so unnötig. Natürlich ist das nötig. Dexter hat auf mich geschossen ohne Grund. Das ist unfair. Quatsch ohne Grund. Du hast mich als Traitor beschuldigt, obwohl ich den Traitor getötet habe. Dann bist du Traitor. Ja, aber dann können wir mich doch nicht einfach töten. Also steht da oben längst Dauer Dreamstar. Weil er eh nicht tot. Weil er die ganze Zeit auch sprach. Mann, ey. Voll, hör auf dich zu beschweren. Du warst doch Traitor, also habe ich alles richtig gewandert. Nein, hast du gar nicht. Natürlich, ich habe dir den Kopf geballert. Du warst Traitor, das ist alles so richtig. Ich habe dich getötet, ich will das nur kurz sagen. Ja, ich weiß. Aber das war nur, weil ich nachladen musste und nicht aimen kann. Ja, das ist deine Schuld. Ey, so... Ja, besonders du sagst, oder? Dexter schießt auf mich, ich bin tot. Und dann erwartest du, ja... Ja, du hast doch auch auf mich geschossen. Was soll ich denn machen? Einfach so richtig schwachsinnig, ey. Jetzt mal wirklich. Wieso steht denn da oben die ganze Zeit Dreamstar? Stehst du auf der Feststelltaste? Du hast irgendwo deine, deine... Es gibt eine Taste zum Sprechen, da drückst du drauf. So, ich bin innocent, ich werde gleich wieder getötet hier von Leicestars. Keine Ahnung. Ja, zu Recht, du warst Traitor. Ich schreck gleich direkt den Header und dann... Dreamstar, du musst mal deine Taste loslassen. Dreamstar, drück die bitte nicht mehr, man hört dich dann nämlich doppelt. Dreamstar ist in die Lava gefallen. Welche Taste... Welche Taste... Du seht schon, dass das Lava ist. Das ist Lava. Boah, wo komm ich denn jetzt hier runter? Weiß ich nicht. Kann das jetzt gerade nicht sehen. Ich drück eigentlich... Ich kann denn... Die Leiche nicht unter... Ich kann keine Waffe. Hey, hey, hey. Was soll ich mit dir... Ich bin wirklich Genusend. Ich will mich ja verteidigen können. Ich suche eine Waffe. Kann man dir vertrauen? Ja, klar. Habe ich schon irgendwas falsch in dieser Runde gemacht? Nein. Du hast noch nichts gesagt. Das ist schon mal falsch. Ja, aber ich gern sagt... Hier ist eine Waffe, ja. Boah, die sagt fucking Turm. Aber ich bin draußen. Endlich. Okay, dann ist jetzt ein Trader wahrscheinlich da. Was? Also hört man mich doppelt oder jetzt nicht? Nee, jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay. Aber ich glaube, da du tot bist, kannst du mich nicht mehr... Also Dreamstar ist schon mal tot. Ach, woher weißt du das, Wollo? Kommst du da rein? Ja, weil er in die Lava reingefacht hat. Es ist doch gerade erst in die Lava gefacht. Wir sollen nicht in das Haus, oder? Ich geh nicht. In das Haus kann man nicht rein. In das Haus kann man nicht rein. Okay. Du hast ja schon eine Waffe. Das ist nämlich... Hier geht's auch... Machen wir das ja. Aber es gibt ja auch Munition und so. Es gibt praktische Dinge. Machen wir das in die Häuser jetzt? Gehen wir da rein, oder nicht? Ja, um Waffen zu holen, aber damit er rauskommt. Ey, wer hat geschossen? Hier oben, der hat raus. Wollo hat die Silent AWP. Ey! Wer? Was zum Teufel? Was, du kleiner Asozialer. Ich habe doch gesagt, kann man die... Hey! Er kann was anscheinend. Zum Glück habe ich so... Hopp, 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 hopp. Man hat keine Ahnung, was abgeht. Einfach mal. Hat er mich mega verrascht. Danke, Wollo, für das Ablenkungsmanöver. Ja, das sollte eigentlich noch besser werden. Das war richtig schwach, Wollo. Steht er. Oh Mann, ich habe daneben geschossen. Es tut mir leid. Ja, kann passieren. Ich habe gehört, dass mir das auch schon mal passiert ist, Dexter. Er hat leichte gedämpfte Schüsse hier am Start. Korne, hast du mich am Anfang abgeschossen? Ich wollte dich mit... Nein, nein. Ich wollte dich mit meiner Brechstange in die Lava schubsen. Ich war bei Innocent. Das hat nur nicht funktioniert. Wie bist du, der drückt schon wieder den Knopf? Ich drücke keinen Knopf. Du hast dich recht. Wer mich tötet, ist Traitor. Oh. Wer mich tötet, ist auch Traitor. Wer mich tötet, ist auch Traitor. Also, wer mich tötet... Ja, ich bin der Detektiv, deswegen. Ey, Mensch. Aber ich kann ja auch nicht dauernd Traitor sein, ne? Wer ist das? Wer ist das? Korne steht da einfach so rum. Darf ich nicht? Na. Du hast doch jetzt gerade Waffen gekauft, Korne. Ich habe eine MP5 in der Hand. Das ist echt der Wahnsinn. Boah, wenn wir wichten hier eine Granate. Du schaust dich ja gerade rum. Ey, was ist das hier? Da hat jemand eine Feuergranate geworfen. Ich frage mich, was mit dir falsch ist. Wo seid ihr denn alle? Ey, hier. Hier ist voll das Feuer, krass. Kann man sich im Pokémon Center heilen? So, das wäre auch cool. Da hat jemand eine Feuergranate geworfen. Wird jeder ins Pokémon Center rennen. Weiß aber nicht, wer das war. Das Hüpfen macht dir voll Spaß, Dexter. Hui. Wieso macht ihr jetzt plötzlich... Ah! Ne, ich mache kein Ah. Da hat jemand Ah gerufen. Gibt's schon eine Leiche? Dexter scheint tot zu sein. Wollo, danke. Dexter, Dexter, sag mal, ob du tot bist. Oder nicht. Kannst du mal weggehen mit Sanity? Nein, nein, nein. Oh Mann, wie geil es aussieht, wenn er einfach mal wegfliegt. Ich glaube, Basti ist in die Lava gefallen. Da liegt auf jeden Fall einer. So, auf jeden Fall war Wollo Innocent. Hey. Fuck. Fuck. Was soll das? Sehr schön. Woo! Wer war denn Traitor? Ich, Jungs. Dreamstar und Korne. Was war das? Du musst mal gucken, wie du rückst auf Korne. Macht dir voll Spaß. Ja. Hab ich gemerkt. Ja. Dreamstar, du drückst die ganze Zeit eine Taste, wo du Sprechen drauf hast. Das musst du unbedingt... Geh mal eine Option und ändere die Taste. Standardmäßig auf Z. Äh, X. Ja, normalerweise ist das auf X. Dann ist das nämlich so, hier, hallo. Hallo. Voll witzig. Wofür sind wir eigentlich im Skype? Echt voll unnötig, ne? Doch, dann wirst du ja sofort wer Traitor ist. Ja, die Qualität über den Server kannst du aber knicken. Ja, das ist schon klar. Ich hoffe, es kommt nicht mehr vor. Nein, das hoffe ich auch für dich. Das hoffe ich auch für dich. Damn. Wollo ist so ein richtiges Arschloch, ey. Wieso? Ich bin innocent. Er weiß ja, dass es Spaß ist. Mhm. Spaß. Hallo Detective. Hier, psch. Komm ich hier raus? Hier ist einfach... Ich bin innocent. Korle, bist du auch im Turm? Ich kann dir nie wieder vertrauen. Wir sind alleine. Ich hätte dich von hinten töten können. Aber ich bin innocent. Deswegen suche ich Schutz bei dir. Da oben steht jemand auf dem Dach. Wahrscheinlich mit der AWP. Ja, hallo, hallo, hallo. Nein, ich habe keine AWP. Okay. Naja, gut, ne? Ich sehe da einen Xter. Ah, ein Dreamstar, okay. Wo ist die Treppe? Ich habe keine Ahnung. Da hinten. Hier, du kannst das kaputt machen. Guck mal, lass den DNA-Scanner einsetzen. Einfach Zerschneider einsetzen. Ja, tsch. Sachen. Ganz einfach, ne? Du musst aber erst die VM finden. Ja. Und die zu finden ist nicht so einfach. Hilfe! Ach, hier ist die Treppe. Hey, du bist ein bisschen... Lass mich doch mal in Ruhe. Hilfe! 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 Nichts Hilfe. Was willst du? Hilfe, ich werde... Ich werde... Einfach mal aus der Taktkraft. 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 Weil der mich böse anguckt. Mit der F. Böse anguckt, sagt er. Hey, ich habe was gesehen. Wer schießt da? Wer hat da geschossen? Ah! Wer, 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 was war das denn jetzt hier? Ach, wenn sein Nutzer hat jemand erschossen. Scheiße! Du bist so... Du warst kein Trader! Wer ist denn mein Freund? Warum? Wo warst du? Winnie, warum bin ich plötzlich gestorben? Ich bin einfach die ganze Runde nur durch den Turm gelaufen. Also, dann... Dann habe ich ja alle getötet. Ja, ich habe Winzenity. Sehr gut, sehr gut, Dexter. Winzenity, kannst du mir bitte den Tod erklären? Also, warum hast du mich getötet? Was habe ich gemacht? Weil du Kornel bist. Ich habe gesehen, dass jemand umgefallen ist. Und es war direkt von dem Winkel, habe ich gesehen, dass du da geschossen hast. Hat er aber nicht. Ja. Ach, da war jemand tot. Nee, nee, das warst du. Doch, doch, doch. Ich habe da jemanden schön aus der Ecke so raus. Konntet ihr nicht richtig sehen. Ey, das ist so... Mann. Ich bin Basti erschossen und dann liegt das. Ich bin immer so dunkel. Ich bin... Der Rest hat sich dann von da... Ich bin Detektiv. So, ich leg jetzt ab. Ich werde nie wieder einen Kornel töten. Danke. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, der Kornel ist doch schon... Ach, ich bin Detektiv. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Du standst da wieder so. Ja, weil ich im Detektiv-Shop war. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich dachte, du kaufst da gerade was. Ja. Ja, hast du auch, aber, ne? Du weißt ja, wie es ist. Du weißt ja, wie es ist, Kornel. Ne? Basti, 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 Basti. Basti, Basti, Basti. Du. Ne, Dreamstar noch? Das ist jetzt die Frage. Also, ich denke mal nicht. Vielleicht war es auch ein Fake. Ja, deswegen. Dreamstar, der faked das gerne. Sag dann den falschen Namen oder... Sag einen Namen und merkt dann, oh, scheiße, ich habe es lieber gelassen. Ich glaube, ich war im obersten Stockwerk und ich muss jetzt langsam runter. Ja, das... Da hat jemand geschossen. Ich war das. Wer ist das? Ich war das. Ich bin Detektiv, ich darf schießen. Mach nur die Sträucher kaputt. Ach, das kann man? Ja, mit Zerschneider, habe ich doch gesagt. Hallo. Hallo. Wo ist der? Der lebt noch, der Basti. Ja, der ist Traitor. Dann ist er Traitor. Warum? Nein. Weil du Dreamstar getötet hast. Ach, Dreamstar. Ach, ich habe gedacht, der Dreamstar hat ihn getötet. Ja, dachte ich auch. Was soll ich das gemacht haben? Hilfe. Er hat mich in Frieden. Hilfe. Nein, nein, er Basti. Nein, er muss meine Pumpe. Er muss meine Pumpe. Scheiße. Jawoll. Entity, ne? Binnie. Wieso hast du mich umgebracht, Dreamstar? Bist du mich umgebracht? Gut, bevor die Modezeit zähl ist, wir beenden den Party an dieser Stelle. Ja, du hast Karkariko nachgemacht von Zelda, oder? Ja, ja. Oder war das jemand anderes? Lass uns mal Minecraft City voten und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss. 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 Ciao. Ciao.